Musik Wir werden Ihnen jetzt die Sicherheitsfeatures an Bord zeigen. Wir freuen uns Ihre Aufmerksamkeit. Öffnen Sie die Staufächer über Ihrem Sitzen immer vorsichtig, damit in der Premium Economy Class ist sie ebenfalls unter der Armlehne verstaut. In der Economy Class befindet sich Ihre schon angebrachten Gurt einmal um Ihre Hüfte und schließen Sie ihn. Ziehen Sie ihn dann fest. Und mit gesamten Aufenthaltes an Bord nutzen. Beachten Sie hierzu auch die Ansagen der Crew, die Sonnenblende. Sie sind gesetzlich verpflichtet, den Leuchtzeichen, Hinweisschildern und Anweisungen der Crew Folge zu leisten. Sie sind sicherlich verpflichtet, wenn Sie die Aufmerksamkeit anbieten, wenn Sie die Aufmerksamkeit anbieten werden, wenn Sie die Aufmerksamkeit anbieten werden. Das ist in den Interessen von Ihrer eigenen Sicherheit. Hier haben Sie die Aufmerksamkeit anbieten. Diese Aufmerksamkeit hat zehn Aufmerksamkeit. Sie sind aufgerichtet. Die Striebe auf dem Boden bieten Sie zu diesen Aufmerksamkeit anbieten. Diese Aufmerksamkeit werden mit Evacuationsflöten, die Sie können die Aufmerksamkeit anbieten, um die Aufmerksamkeit anbieten. No mehr als 10 Leute können hier eine Zeit warten. Warten auf den Städten ist auch prohibited. Es gibt eine Life-Vest in jeder Seite. In der ersten Klasse, Sie finden Ihre Life-Vest unter der Armwrest. In der Klasse der Business- und der Klasse der Premium-Economie-Klasse, sie ist auch unter der Armwrest. In der Klasse der Klasse, Ihre Life-Vest ist unter Ihrer Seat. Dann, die Beld tight. Juste bevor Sie die Flugzeugehörter, die Red Top-Table, Leg-Rest, Remote-Control und der Monitor sind und die Begründung gelegt. Make sure, dass Ihr Back-Rest in eine Begründung und Ihr Window-Shade ist offen. You are required by law to follow all signs, placards and instructions given by the crew. Dad? 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 Dad, Dad? Dad? Dad. Dad? 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 Dad Dad? 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 Dad the really ﷻ sabotage is brought to us in Europa Gavet Crew, getärbt von Departure. 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 Gavet Crew, getärbt von depur. Das ist eine große Herausforderung. Bis zum nächsten Mal. Wau, 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 wau! Sobald wir unsere Reisefluglehr erreicht haben, bereiten wir unseren Service vor. Danach servieren wir Ihnen das Abendessen mit Getränken sowie Kaffee und Tee. Nach dem Abendessen haben Sie die Möglichkeit, zollfreie Waren einzukaufen. Unsere exklusive Produktauswahl finden Sie in den Zeitshopping-Vergazien. Während des gesamten Fluges halten wir jederzeit Getränke für Sie in unseren Bordküchen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Today, once we have reached our cruising altitude, we were prepared. Today, we are going to take a look at the destination of the city 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 of the city. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.